Erst schweißtreibende Eisheilige, dann heiße Hundstage und ein nicht enden wollender Altweibersommer. Das Jahr 2022 hat wärmetechnisch eigentlich nichts ausgelassen. Und auch im November weht uns immer noch ein laues Lüftchen um die Nase. Stellt das Jahr 2022 einen neuen Temperaturrekord auf? Und damit herzlich willkommen bei Wetter Online. Das Jahr neigt sich langsam dem Ende entgegen und war vom Gefühl her ja ziemlich warm, trocken und sonnig. Und zu diesem Gefühl wollen wir mal ein paar Fakten liefern und es im Vergleich zu den anderen Jahren einordnen. Das bisher wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen war 2018, sicherlich noch vielen in guter Erinnerung, mit 10,5 Grad. Aktuell stehen wir bei 11,8 Grad. Wenn es also nicht noch einen sehr kalten Dezember gibt, wird das aktuelle Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit sehr weit oben in dieser Rangliste stehen. Mit einer mittleren Temperatur von mehr als 14 Grad war es bislang entlang des Oberrheins am wärmsten. In der Region rund um Schleswig im hohen Norden war es am kältesten. Ziemlich beeindruckend ist auch die Sonnenscheinstatistik, denn abgesehen vom Januar gab es in allen Monaten überdurchschnittlich viel Sonnenschein. Zum Beispiel in Frankfurt am Main und in Konstanz am Bodensee ist es aktuell schon das sonnigste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Und auch im Deutschlandmittel landen wir wahrscheinlich ziemlich weit oben auf dem Treppchen. Aktuell stehen wir bei etwa 1930 Sonnenstunden und selbst die magische Grenze von 2000 Stunden kommt wieder in Reichweite, bislang nur zweimal geknackt. In Rheinfelden, der sonnigsten Region Deutschlands, wurde diese Grenze schon deutlich überschritten. Und in Karlsfeld im Erzgebirge kann man davon allerdings wohl nur noch träumen. Fehlt nur noch der Blick auf den Niederschlag. Nach dem Dürresommer gab es ja Vergleiche mit 2018. Insgesamt gab es aber schon trockenere Jahre, wie diese Grafik hier zeigt. Wir belegen aktuell den dritten Platz mit rund 560 Litern pro Quadratmeter. Aber es sind ja noch einige Wochen, da kann also noch einiges hinzukommen. Und dass das Mittel nicht besonders aussagekräftig ist, wird auch deutlich, wenn man mal in die einzelnen Regionen reinschaut. In Sachsen-Anhalt bislang weniger als 250 Liter auf den Quadratmeter. Und in Balderschwang im Allgäu mehr als 1800 Liter pro Quadratmeter. Allerdings sind solche Regenmengen am Alpenrand auch völlig normal. Bleibt jetzt also noch abzuwarten, was uns das Wetter in den letzten Wochen des Jahres präsentiert. Sicher ist aber, das Jahr 2022 wird in einigen Kategorien sicherlich Rekorde aufstellen. Ich bin Niklas Weise von WetterOnline. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Wetter wird, mit der WetterOnline-App seid ihr immer einen Schritt voraus. Jetzt installieren!